... und es stehen sich im Bandangewicht in der Klasse bis 56 kg gegenüber. In der roten Ecke für NSV, Sopa Castrios. Und in der blauen Ecke für den Fanburger Moskow, Dennis. Und in der blauen Ecke, Dennis. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 3. 5. 3. 6. 5. Musik Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Los! 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 Ja, ja, ja! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Körbe! Körbe! Applaus Musik 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 Und hier das Urteil Sieger nach Putten Der Kämpfer aus der blauen Musik 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 Musik